AHA! Au! Voll brutal! Nein, die sind brutal! Ah, stirb! Charge! Charge! Charge, shot, now! Wee, war das schwer! War echt, ey! Oh nein! Nein! Und ich kann sie nicht bewegen! Ich kann sie nicht bewegen! Ganz wahrscheinlich nur mich verletzen! Ich bin überhaupt... Au! Aua! 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 Okay, und wie krieg ich die andere angefackelt? Keine Hand! Aua! 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 Gute Empfehlung hoch! Die letzte! Ha! Daneben! Meine Lampe immer noch nicht an! Was? Yeah! Epic Win! Schlüssel! Das nenne ich nochmal Epic Win! Och, hallo Gummis! Habe ich euch schon mal erzählt, wie sehr ich euch leiden kann? Nämlich gar nicht! Keine Sorge, das kommt auf Gegenseitigkeit! Ach, vor allem bin ich wieder draußen? Komisch! Nee! Schöne Fernkampf-Sportangriff hat schon seine Vorteile! Wie! Nett! Es regnet! Wenigstens kommt Tingle nicht! Der schiebt sich die ganzen Dinge anal! Schöner! Der schweine, ja… Der schweine, ja, oder? tut hallo Oh, nein! Na, super. Na! Was kam's? Oh, klar. Ich krieg nur einen Schuss. Ich krieg natürlich nur einen Schuss. Aua! Aua! Nein! Nein! Jetzt wird er Aggro! Au, jetzt ist er Aggro! Jetzt ist er Aggro! Und er ist tot. Das sind böse Vasen. Ja, das sind böse Fackeln, die schießen nach mir. Jetzt kommt ein Boss. Ja, ein Shuttling-Kampf. Natürlich! Gegen vier Stück. Oh Gott, der kann durchdrehen! Der kann ja auch durchdrehen! Oh Gott! Ja, danke, dass ich in die Schattenwelt gehe, wo ich gar nicht rein will. Ja, ja, der ist gestunt, der ist gestunt, der war gestunt. Shit. Ja, klar. Schubst mich wieder raus. Wieso ist der jetzt wieder hier? Ah, einer tot. Stirb! Hä? Was war das? Schädel! Der hat sich getarnt gehabt! Ey! Die können springen! Das ist unfair! Ja! Ja, natürlich! Der wechselt natürlich! Genau! Ja! Na klar! So, der wechselt die Farbe. Und es ist... Grün! Dann kann ich nicht gleich so bleiben. Dann kann ich nicht gleich so bleiben. Ach, das war der Haupt-Link! Ah, gut, wenn mein Haupt-Shuttle-Link kaputt haut, ist der Rest egal. Ja! Paz! Ja, jetzt geht's erst in die Pyramide rein, ne? Ja! Du zähl! Du zähl! Du zähl! Und Shazam! Yep! Abschluss 3! Die Pyramide! Und da wird die letzte Maid gefangen gehalten! Mach mal eben Pause. Warum? Mach mal. Warum Pause? Mach mal aufnehmen Pause, komm. Warum? Weil ich dir noch was sagen muss. Na gut, bis gleich.